Spazieren, Tobi. Ich kann nicht. Ich muss pinken, aber ich habe keinen Pullermann mehr. Wie geht das? Wie geht das? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich meine, ihr seid eigentlich nicht angegriffen? Das wüsste ich auch gerne mal. Oh, ich habe Bäume gepflanzt. Ähm... Hast du wirklich, ne? Ja, das sind aber die Guten. Das sind die für Medi... Also für die... Ich muss ganz kurz wieder was essen. Ich schaue gleich mal nach Mods. Unserer eigener Held hilft zu farmen. Na, da hast du uns auch mal gefallen. Warte, du kannst die Samplings mitnehmen. Ich nehme die mal mit und dann... Äh, Salve... Puh, 28. Na gut, das geht ja. Die brauche ich ja gar nicht. Halt! So, schau dir mal mit XS Max an. Das wäre vielleicht die Geißens der Galaxis. Warte... Geißens? Warte, lass den heißen. Äh, Pflanzen... Pflanzen... Ja... Hingehen. Das ist so doof einfach. Warum ist hier so dunkel? Ah. So... Ich glaube, das ist... Hat aber irgendwann ein Ende hier, glaube ich, ne? Wie weit geht das? Wer ist der denn? Wie er da dritte steht? Das wird alles unser Feld, Tobi. Da haben wir gerade genug Nahrung für den Anfang. Äh, nein! Nein! Hahaha. Oh... Ja... Ah! Ähm, tschüss! Tschüss! Ähm... Ich darf wieder in die Richtung, tschau. Dann müssen wir nochmal durch irgendwann. Unterstützer sein Jasparino! 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 Dof. Wer hat mich als Fußball für die nächste WM? Ja. Bisschen aus wie der Ball von Rocket League. Komm, die Viecher grafen zu mich an. Wir können die einfach gefahrlos durchrollen. They see us rollin. They hatin. Oh, ich hab neue Tools in der Spitzhack. Tatsache. Wire Mode. Build to place optical wires between input points. Paint Mode. Hey, greif nicht mal. Warte mal. Jetzt schon. Okay, die können dann trotzdem treffen. Ach, das stimmt, man kann den Spike-Boy. Genau, das hat er geschrieben gehabt. Man kann den Spike-Boy noch entwickeln. Was denn? Chobi? Bist du pinkeln? Ich pinkel jetzt hier hin. Ich pinkel jetzt hier hin. Du Schwein! Und damit kannst du jetzt Flüssigkeiten mitnehmen. Dünn Pfiff. Ja, ich kann alles anmalen hier vor allen Dingen. Schön. Dünn Pfiff. Dünn Pfiff. Dünn Schiss, man. Sieht ein bisschen sommerlicher aus, ne? Ja. Kann ich denn da nix anmalen? So, das geht noch. Im Hintergrund kann ich nix anmalen. Okay. Into the background. Warum geht das nicht? Alter. Nein, das geht noch an. Ja, das geht noch an. Ja, das geht noch einmal. Geh, Mann. Die sind's nicht. Oh, das geht noch nicht. O, das steht. Die sind die database. Was machst du da? Ich mach hier alles schwarz Wo ist denn die Tür? Ich hatte nie eine Scheiße aus hier Das ist richtig schön hässlich Ja Ich mach das mal wieder rückgängig hier Obwohl ich finde, das orange finde ich eigentlich gar nicht so schlimm Das orange sieht gut aus, wenn das da oben was... Was hast du da oben gemacht? Pickfro! Ich dachte das passt zum Kleiderschrank Ich war mir sicher du würdest es mögen Das ist schön Ja, schön Oh Das ist geil mit Teilstühlen hier Oh wie mein Engel Ach ne, da hab ich was schon gesagt Gibt es auch rosa Betten eigentlich? Ich frag nur Ja Ja Fack für'n Freund Alter ich muss ja den ganzen Klumpatsch noch loswerden Oh warte, und was? Oh da hab ich ja noch Warte mal Oh die Plumen Hast du die Plumen wirklich mitgenommen? Ja klar Schön Die passen hier aber gar nicht rein Ich hab was, was noch gut hier reinpasst Ja, da hab ich Voll Hier, so Vielleicht Obwohl hier oben rüber, das ist schon cool Ja, wenn das so als Statue stehen würde, ne? Das lässt sich doch machen, oder? Du musst halt irgendwas dahinter bauen, oder? Genau Oder hier, so diese Sonnenimplement... Wie haben wir sowas alles gehabt, oder? Soll ich mal hochsteigen? Ich steig mal hoch, warte Super! Ich steig da mal hoch Super Ähm Tobi, wir brauchen einfach ein größeres Haus Wir brauchen ein größeres Haus, Tobi Ja Besser wär ja eigentlich, wenn wir irgendeine Irgendeine Basis von irgendwelchen Typen einnehmen würden Das wäre auch gut Wo wir vielleicht auch einen Kühlschrank herkriegen, weißt? Und zwar ist schon zwölf, krass Es ist schon, ja Eins nach zwölf Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat Ja Das ist doch immer so Ja, wenn man Spaß... ja, achso Ne, wenn man... So, Sonnenklappi, vielen Dank Ne, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit immer schnell Essen! Tobi, essen! Warte, 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 warte Mach mal weiter, mach mal weiter Ja Geil Das ist die Erfüllung, Mann Äh, Frage Was machen wir mit den Hühnchen? Ja, wir müssen die irgendwo rein tun Ich hab Gatter noch, warte mal Problem ist, unser Haus ist echt furchtbar Ja Wir sollten irgendwo auf irgendeinem Planeten vielleicht ein neues anfangen Sollten wir das? Nehmen wir also als Futterstation oder irgendwie sowas, oder? So ein Bauernerhaushalt einfach, ne? Ja, ein sehr hässliches Warte mal So, nehmt immer schön einen Wasserplaneten als Heimat ist am leichtesten ein riesiges Haus aufzubauen Ohhhh Sind wir nicht beim Wasserplaneten in der Nähe? In der Umlaufbahn, meine ich? Ich weiß es gar nicht You are the commander Ich muss mal ganz kurz irgendwie Kappes loswerden Achso, ne Truhe Ähm Und packen wir mal das Zeug aus dem Tempel Ja Ja Ich weiß es nicht Ich hab keine Ahnung Ich pack das mal hier, Cross Mounted Skull Ich pack das mal hier einfach alles rein So Small Wooden Cage Weiß nicht, ob das da reinpasst Äh Ah ne, Penguin Bones passen da nicht rein Avian Hero Statue Ähm Dann hab ich noch Saplings, die kommen in die andere Kiste, hab ich schon gesehen Und zwei Cages hab ich noch Ein Sitting Lock Den find ich cool Ähm Guck mal hier mit rein So Achso Sapling Sapling Was wollten wir gerade machen? Äh, ausbauen Ne, Wasserplaneten, wollten wir gucken Uh Wollten gucken, ob wir irgendwo einen Wasserplaneten haben Ach stimmt Stimmt, 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 stimmt Ähm Soll ich mal schnell, pass mal auf Ich sammle noch mal was Tomaten Ich sammle noch mal schnell Tomaten Und mach mal schnell hier gebratene Tomaten Alter, es gibt ja so Karotten gerade Wie, was das denn? Kobi, ist ja ekelhaft Hier sind noch Karotten Soll ich die mitnehmen? Machen musst du aber vorher noch braten Kannst du nicht einfach so da irgendwo hinpacken Und noch schnell die Karot Seeds Ui, was isst du da? Gib mir vorher was ab Das sind noch die Lace Chips Diese vertrockneten Oh, geil, vertrocknete Chips Mit Barbecue Ahja Geht hier doch mal was da ist Mal wollen Ich weiß, ob hier was da wäre Achso Bei euch kann man sich um die Uhrzeit wenigstens was zu essen bestellen Ey, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr Nee Der Traum ist geträumt Sollte Leiter Gib mal Abstand von der Halleiter bitte Abstand von der Leiter Abstand von der Leiter Ja, Entschuldigung, Entschuldigung Ja, ich muss Entschuldigung Oh, ich fahre gerade Entschuldigen Sie bitte, Officer So, buy some weed Vielen Dank Dankeschön So Zehn Karotten Laa 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 So Er redet gerade irgendeiner über seinen selbstgemachten, überbackenen Nudelauflauf Ja, geil Erzähl doch bitte mehr davon Mal ganz kurz diese Dinger hier weg So Und Ania, auch dir vielen Dank Und äh Schlaf schön Gute Nacht, allen die schlafen gehen Ach, morgen ist ja gar nicht Pfingst-Dienstag Nimm dir mal alles Essen mit, was da noch in den Kisten ist Das verrottet sowieso, bis wir wieder da sind Mein Inventar ist doch eh voll Ich muss immer was ablegen hier Achso So, ich esse ganz kurz Ja, da ist schon wieder Schleim Achso 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 Lass uns hier Nimm mal gucken, was da ist Warte mal Wann denn? Geil Ach Mist Weiß Watt Gib mir meine Tür wieder Los Das Fahrrad Die Panzer complaints Puppi Ciao W thứst Was ist das kacke? Oh, wie geil! Oh, ist das geil! Nur bei mir ist es auf dem Channel zu sehen gerade. Boah! Ja! Tobi! Ist wirklich schön hier, ne? Ferienparadies, oder was? Ja, klar! Ah! Ey! Hey Christy, wie lang! Ferienparadies! Ferienparadies! Geil! Alter! Hat ja gut geklappt! Vorsicht, Vorsicht! Fuck you! Oh nice! Fuck you, mate! Ah! Komm mal! Bist du immer noch nicht tot, du mischtvieh! Du Brunsiges! Hä? Ähm... Was ist da los? Du hast mich vergiftet! Was hab ich? Oh, du lässt irgendwas... Ich war vergiftet. Ich glaub, du hast mich vergiftet. Oder das Vieh hat mich vergiftet. Hi! Ne, ich hab einfach keine Bombe geworfen. Ist der tot? Der ist tot, ja der ist tot. Nice! Wo ist hier, wo ist hier mein, meine medizinische... Wo ist hier mein Notfallhologramm? Sooo... Messia Eggi! Auch dir viel Dank! Du sollst nach Everscht Süd 3 kommen! Ghetto Tobi! Everscht Süd 3! Ja, auf jeden, Alter! Was ist da los? Dann los! Das ist so... Dieses Nobelviertel Eberstadt, weißt du hier so? Fährst du so eine gerade Straße Richtung Eberstadt rein? Voll die noblen Villen, richtig fette Buden, da ist auch hier Silicon Valley, ne? Wie heißen sie hier die, äh... Das ist so geil, du fährst durch die noblen Gegend und dann kommt... Weil dann siehst du die hoch aus, das wird halt Süd 3 genannt. Bei uns. Bist du gestorben, hast du da runter gesprungen? Ah, das ist Wasser! Im Ozean! Ich bin irgendwann im Ozean und finde das total geil hier rum zu schwimmen. Ich komme! Warte mal auf mich! Gibt's hier Haie? Äh... Oh! Nee, aber hier sind Viecher, die greifen nicht unterwegs an! Fuck you! Bam! Der hab ich's gegeben, Allah! Oh! Das ist voll schwer im Wasser... Ja! ...zu treffen. Sieht doch zum Glück nicht bescheuert aus. Guck mal, F. Das hilft. Alter! Wat, 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 wat? Wat ist mit dem Hillel Zipa? So. Ähm... Boah! Was? Ich hab auch nicht hingeguckt. Was ist das, der Fanvieh? Halt dich fern von dem! Nee! Das ist wie so ein Vulkan ist, der explodiert! Pass auf vor dir, die sind gefährlich! Oh, deine Waffe ist nicht ziemlich gut! Huuuui! 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 Hey, 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 hey! Warte, warte, warte! Bleiben sie mal locker, Joka Vogelmann! Hier! Guck mal, mein Bubberang, der ist schön! Alles! Oh, weg mit dem Team! Danke! Oh, gebar, Quattrode! Hast du irgendwie geschossen? Oh, Vorsicht, da ist wieder so einer! Lass dich mal rankommen, der geht ins Wasser! Ja, der ist doof! Ah, klar! Vorsicht, der ist gefährlich! Oh! Guck mal! Oh, nice! Vorsicht, Kote von hinten! Vorsicht! Ha! My God, I'm nearly dead! So, get lübt! Oh, get lübt! Ich muss erst mal her! Ich muss mich erst mal verbinden, wach! Ah, klar, Rofitimo! Ich warte mal so lange! Okay, okay, okay! Hat nicht so gut funktioniert! Nein, auch nicht! Yo, sehr gut! Bischofs Schnippaun! Au! Nice! Oh! Ja! Das war gut, was los, ne? Oh! Scheiße! Was rückt man eigentlich, wenn man die Sachen hier abbaut? Oh, Bananen! Oh, okay! Wie, wie, lang? Uua! 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 Watch out, man! Watch out! Ah! Boah, machen die Schaden, Alter! Das ist doch nicht mal normal! Jura! Nein! Nein! Ach so! Ich kann das erstmal aufheelen, ne? Ja, ja! Vito! So! Ach so, mit dem Sauerstoffpack können wir ja unter dem Ozean tauchen! Stimmt ja! So! So!